Er ist hier. Da, a lo- Oh, Jucke, stark! Der nächste. Don't crazy! Einzimmer Wohnung. Oh, 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 oh! Leute, was geht? Mein alter Duomate Jamali, a.k. AmarcomKoll ist hier in Wien, in meinem Airbnb. Ich hab ihn gefangen genommen, ich hab ihn gezwungen für mich. Beißen, beißen. zu spielen? Nein, auf jeden Fall. Er wird ein bisschen Rank spielen, mich ein bisschen pushen. Er ist Pro-Player. Er war solo Cash Cup Finals. Er hat mit Aqua Arena gespielt. Chill, chill. Ich will nicht flexen. Chill. Auf jeden Fall. Ihr habt gerade meinen Creator Code Hour gesehen. Jeder, der mit uns beiden Trio oder Squad Rank zocken will, oder von mir geaddet werden will, tragt meinen Creator Code Hour im Item Shop ein. Ich adde jeden einzeln, weil ich jeden Epic Games Namen sehe. Vergesst kein Abo und Like da zu lassen. Dann bringen wir beide euch persönlich einen PS5 vorbei. Easy, easy. Habe ich schon mal gemacht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bruder, was denkst du? Er ist ja schon, Leute, das ist ja das Krasse. Er ist unreal. Chill, chill. Ich will ehrlich nicht flexen. Bruder, was? Schau mal, du bist ja unreal. Ich will dir nicht zu viel Druck machen, aber was denkst du, so als unreal Player? Aber man muss auch dazu sagen, er spielt anstatt auf 240 FPS. 120. 120, weil er spielt auf PS5. So. Aber was denkst du, so erste Runde, wie viele Kills und so du machen willst? Ja, wenn ich nicht ernst spiele, so 15 Kills vielleicht. Ja, okay, Bruder. Ich bin gespannt. Ihr seht in einem Gegner, aber ihr chillt kurz, holt euch die Chest. Und er bekommt Gold in der Pumpgun. Okay, Bruder. Ich spiele tausend Ranks drauf, ne? Noch nie hatte ich ne Gold. Schau, ich mach 3-6 im No-Scope. Krapiert, aber kein Schatz. Das heißt, aim assist habt ihr. Ihr macht jetzt Swarted online. Nein, mein Gott, das ist schön. Nein, ich muss auch gerne ernst spielen jetzt. Ich muss auch gerne ernst spielen jetzt. Bro, ich hab Minus Punkt gegen, boah, Minus 9. Er rennt natürlich weg. 70er. Habt ihr gesehen? Mental. Emotional. Oh. Normal, normal. Er schießt mich an, schießt mich doch nicht an. Ja, nein. Oh. Warte, tschüss, tschüss. Zeig mir deinen Ping. Sehr egal. Ja, guter Health. Ja, mental. Tschüss, tschüss. Jetzt einfach nur. Rats-tats-tats-tats-tats. Im Duol. Haben edit. Haben doch nicht edit. Jetzt. Fuck off. Keine match, keine match. Oh. Ah, ein Team am 1! Ha, ha! Good, good, good mid-price! Ah! Bro, roll up, blick! Wee sah! Erlos, das ist vorbei! Die weg von mir! Habt ihr wohl? Du musst die Treppe placen! Ja, da muss die Treppe rein! Bitte warte! Das einzige, was rein muss, ist mein Heavy-Sniper! Da ist noch einer, oder? Weiß nicht! Igala Habibi! Nein! Jetzt up-aim! Oh! Bro, das war unlucky! Bro, die spielen aber... Meine... Ich hab's Lust gemacht, 100%. Komm! Wir haben bei 9%, tschau! Ich weiß nicht genau, wo die... Keine Mets! Stark! No, 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 no! Er wurde geholt! Wow! Einfach Scammer! Oh, aber der ist auch wieder irgendein Mächtig! Ja! Oh mein Gott! Ja! Never contest! Monkey! Emotional! Got the wall! Ehrlich verkackt, aber egal! Rein da! Zerkackt, egal! Rein da! Ja! 26 wide! Du musst aber... Gib dir ein Slurpee, bevor du reingesst, Bruder! Ah ja, ja! Ich hab nicht mal gehört... Auch mal dringen, Bruder! Dein Coach ist bei dir! Bruder, erst Noah Rayleigh, sein Bruder, hat die gegeben! Bro, bei Gott! Digga, die spielen... Nein! Bruder, ich sag dir, Platy... Nein, die spielen... Die spielen nicht gut! Das war... Das könnte jeder Mohamed SR4 machen! Ja, aber die werfen alle! Das ist das Problem! Das sind aber auch... Das sind aber auch... Huuu... Toll der... Heu... 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 Bro! Oh mein Gott! Nice! Er ist hier! Da! Hallo! Jucke! Stark! Der nächste! Going crazy! Einzimmer oben! Oh! 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 Oh Gott, das war krass! Stark! Normal, normal! Da hinten doch! Da hat doch jemand gebaut! Oh! Hier, da! 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 Wurde frisch gebaut! Oh! Oh Gott! Bitte! Nein! Digga! Was war das? Gib dir Minis! Dann kommt die Safe-Potion! Da denkt... Da will er... Hä? Wenn hat er da unten gesehen? Ja, Bro! Dann kommt wieder so ein Möchtegern... Mongar, Klesko, Madrid... Aber er weiß nicht, dass ich... Ich verfehlt habe... Ui! 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 Bro, mein Gott! Die spielen nicht gut! Aber er hat dich ehrlich in der Luft gespielt! Wie geht das überhaupt? Ich war doch so zick-zack! Zick-zack! Egal, Bro! Alle guten Dinge sind... Fünf! Ja... Nein... Nein... Bro! Tag! 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 Hoppe! Tag! Aber... 20 HP... Und er ist unter mir! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja er ist mehr HP als ich! Ja, ich nehme das jetzt gut... Oh, jetzt friss! Ja, lecker, schmecker! Spaß im Decker! All eyes, all me! Er kommt, er kommt, soll er kommen? Offing season ended. Komm, komm, komm! Kein Stress dran. Wo ist er? Trink ein Getränk, ein Getränk, ein Getränk! Du hast Durst! Du hast Durst, du hast Durst! Ja, gleich! Ah! Gleich keine MPMO! Eieiei, Miguel! Opa! Opa, Fiesta Mexicana! Opa, opa, opa! Never contest! Da würde ich mir auch lieber zugucken! Schau, schau den an, der hat große Träume! Ja, Miguel! Opa! Bei Gott, der gibt mir halt wieder so einen Pump, ne? Und trinken für deine Gesundheit, du musst trinken! Warte, warte! Jepa! Jepa! Trinken für deine Gesundheit! Aber er kommt gleich, Daddy chill von mir! Guck jetzt! Trink, trink für deine Gesundheit! Jepa, der trinkt nicht! Diese 30 HP werden's ausmachen! Ich hab's euch gesagt! Ich wollte nur Flopper nehmen, ich wusste, dass er Flopper ist! Achso! Dann ist gut! Fisch, Fisch, Fisch! Weil du selber ein Fisch bist! Komm, Fischer, Fisch! Wir stehen auf Fische! Gönnen uns Minis! Frauen stehen auf Männer und Männer stehen auf Männer! Naja! Er ist bei uns, er ist hier! Guck mal, da denkt er, ich denk, er denkt, dass ich denke, dass ich nichts gehört habe! Jepa, du trinkerst mich! Mach dich voll mit diesen Gedenken! Jede, wer voll ist, hat dann... Ich hab nicht so viel Ego, dass ich mich voll mache! Du hast Ego! Nimm mal die, nimm mal die, äh, Dings! Combat! Combat? Havoc Pump! Oh! Guter Call, gut! My... 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 Mäntl! Trompa! Fiesta Mexicana! Ich tu vor ihnen jetzt mal kurz das auswählen! Dann mach ich den! Ein Zimmerwohnung für ihn nochmal! Und dann mach ich den! Woppa! Feuerwerk für ihn! Weil er soll feiern, dass er wenigstens so lange überlebt hat! Ich mein Gefühl sagt... Wir sollten noch... Ja, hier ist safe! Ja! Schau! Gefühle liegen nie! Lass dich niemals von deinem Gefühl enttäuschen! Woppa! Fiesta! Warte! Zeig mir dein... Oha! Ja! Ich bin Max Milano da mit dir! Ja! For God! Never come! Das ist mein Ghetto hier! Hier! Mi Barrio! Warte ich bin... Dieses Lied gibt mir Liebeskommar! Von Andrés! Gib mir dein Dank! Gib mir dein... Was ist das? Oh shit! Und bin ich kurz Disco gejoint! Was war das gerade für das? Ich dachte... Falsche Dinge! Du bist kurz worden geworden! Ich dachte kurz... Ich bin GTA dieses... Streep Club! Also irgendwas vergessen! Was hast du liegen gelassen? Äh... Ding da... Mit der Ede! Da ist jemand! Da ist jemand! Der denkt, dass ich denke, dass er denkt, dass ich ihn nicht sehe! Ich glaube genau das denkt er! Jaja! Er kommt jetzt da... Er ist jetzt über mich, ne? Aha! Er denkt... Er denkt, er ist ihm erledigt! Ja! Er denkt, er ist jetzt gerade in Solo-Catch Cup Finals! Jetzt lese er dir die Tür! Aber er weiß nicht, dass ich hier eine Heavy Sniper hab! Für mich ist Heavy Sniper direkt auch eine Heavy Pump! Weißt du wieso? Schau, schau! Er denkt, er hat große Träume, ne? Kleiner Mann mit großen Träumen! Aber er weiß nicht, dass ich einen... Oh! Oh! Clean! Er fliegt, aber er weiß nicht, dass ich Face Jamal Ali bin! Guck mal, er ist da... Oh! Schade! Das war nur dieses... Vorgeschmack! Vorgeschmack! Ja! Dieses... Er fliegt weg, hä? Schau, schau! Soll ich euch zeigen, wieso ich ihn Face bin? Oh! Schade! Nein, 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 nein! Aber hier ist halt auch noch jemand, ne? Ich stelle vor, sowas hitte! Na, wir cuen erstmal den da! Damit wir hier freie Bahn machen! Schau, hier ist hier... Ihhh, der hat Lama gefunden! Schau, schau! Da ist auch einer, oder? Was macht der da? Oh, zum Glück hat er dich nicht gesnipet, Chef! Oh, er hat dir jetzt halt schon snipet! Schau, schau! Das ist ein... Apparat in seiner Prime! Er chillt jetzt um! Was macht der? Was... Was... Er ist gegangen! Was macht der? Was macht der? Was macht der? Was macht der? Let's go, Junge! Da ist noch einer, oder? Ja, ja... Ja, okay, ihn wollte ich eigentlich nicht pushen, aber egal, komm! Wenn es sein muss! Ja, wenn es ehrlich... Einfach für den Algorithmus, weißt du? Ja, ja... Ich weiß, soll ich machen? Soll ich ihn blamieren? Was liebte er dich gezeigt? Du musst... Ja, komm einfach so! Doch nicht! Er wird da aufmachen? Doch nicht! Lade nach, weil wir haben genügend Zeit! Das bläsche ich da noch einmal! Was denkt er sich aber? Denkt er, er hittet mich, oder was dachte er sich? Das einzige, was er denkt, ist das da! Oh, er ist... Digga, aber er hat auch... Reflexe von... Er ist Bruder von Mitarbeiter! Lass mich raus! Nein, bitte! Mein Gott, Bro, ein Twitch... Wer überhaupt Twitch im Namen liebt, ne? Ah... Willst du Feierabend machen? Komm, mach mal noch eine Runde, dann mach ich Feierabend! Okay, dann Feierabend! Dann bist du nicht mehr... Ich werde Depri sein, wenn ich so... Aber egal, ey! Gut Prozente gemacht! Ich gebe ihn zu Price! Woppa! 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 Ey, uah! Ja, da hat... Da haben die 60 FPS reingebrettert! Nein, und da kommt der Nächste! Nein, nein! Nein, nein! Leider wurde das nix, der Bray ist gebrochen, aber er hat auch zum ersten Mal auf PS5 gespielt. Falls ihr aber wollt, erster Link in der Beschreibung kommt ihr zu seinem Twitch. Creator Code Aua im Itemshop nicht vergessen, Abo und Like nicht vergessen. Neben dem Kopf kommt ihr auch zu den letzten Videos und tschüss.